WDR 2 Volker Pispers Ich finde ja die Zeit nach einer Wahl besonders spannend, weil dann meist unverhoffte Entdeckungen gemacht werden. Da wurden schon Haushaltslöcher entdeckt, die vorher gar nicht zu erahnen waren. Vielleicht entdecken Sie diesmal, dass die 1,4 Millionen Menschen, die bei uns als Aufstocker unterwegs sind, eigentlich doch Arbeitslose sind. Viele sagen zu Recht, alles egal, Hauptsache der Wahlkampf ist endlich vorbei. Denn im Grunde ist Wahlkampf eine ganz spezielle Form von Folter. Irgendwann erträgt man diese Mischung aus Einschleimen, Heucheln und inhaltslosem Gefasel einfach nicht mehr. Wenn man sich davon mit einem Kreuz erlösen kann, warum nicht? Übrigens, falls Sie immer noch nicht wissen, von wem Sie sich nach der Wahl verarschen lassen wollen und Sie Ihre Entscheidung dann doch lieber von anderen Kriterien abhängig machen wollen, als von Merkels Halskette oder von Steinbrücks Image, es gibt da im Internet den Wahl-O-Mat. Da geht es nicht um Aussehen, Auftreten oder Sympathie, sondern ausschließlich um Themen. Da werden Sie zu 38 Themen nach Ihrer Meinung befragt und hinterher erfahren Sie dann, welche Partei am ehesten mit dem übereinstimmt, was Sie für richtig halten. Da hat schon mancher große Augen gemacht, wenn er die Fragen im Wahl-O-Mat ehrlich beantwortet hat und dann rausfindet, welche Partei er eigentlich wählen müsste. Ich fände es sowieso viel demokratischer, wenn man in der Wahlkabine einen Wahl-O-Mat aufstellen würde. Statt auf gut Glück hinter einer Pappnase ein Kreuz zu machen, erklären Sie in der Wahlkabine in 38 Fragen, was Sie wirklich inhaltlich wollen und am Schluss sagt der Wahl-O-Mat, Glückwunsch, Sie haben gerade folgende Partei gewählt. Das würde den Ausgang vor Wahlen tatsächlich spannend machen. Bis neulich. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de und mehr Informationen auf wdr2.de